Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Heißbruch im Nürnberger Land. Wir möchten Sie in diesen Newsletter 91 ganz herzlich zum nächsten Wochenende einladen, zu unseren Jubiläumstagen, zum 25-jährigen Jubiläum der Möbelmachern. Wir haben ein kleines tränkisches Problem. Wenn Sie jemand in dieser Woche fragt, bist du am Freitag beim Dennis? Dann meint er wahrscheinlich nicht, ob Sie Sport machen, sondern er fragt, ob Sie zu den Möbelmachern kommen. Denn da ist abends um ab 19 Uhr Dennis Scheck, der Moderator von der ARD-Sendung Druckfrisch, bei uns zu Gast. Es wird ein ganz spannender Abend, musikalisch begleitet von der Gruppe The Lady and the Tramps, die schönen alten Swing-Spielen. Am Samstag kommt Holger Heuber, den Sie vielleicht aus dem Film Jäger des Augenblicks kennen. Er ist der erste gemeinsame Freund von meinem Kompagnon Gunther Münzenberg und mir. Und er wird auch einige verdammt alte Bilder dabei haben. Aber eben auch aus seinem Leben, von seinen Abenteuern, von seinen Expeditionen erzählen. Und am Sonntag das Collegio Musicum mit einem tollen Programm und einem Moderator, wo wir nicht ganz genau wissen, wo das hingeht. Es gibt bereits nachgedrungen. Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ist außerdem bei uns hier in der Werkstatt auch Tag der Offenentür. Mein Kompagnon Gunther Münzenberg zeigt zusammen mit Mitarbeitern die komplette Fertigung von Küchen. Das heißt, Sie können viele Details sehen. Sie können vor allem sehen, warum es Sinn macht, so viel Zeit, so viel Aufwand in wunderschbare Küchen und Möbel zu stecken. Außerdem in unserer Ausstellung die Jubiläumsmöbel, ein Programm, das wir entwickelt haben, das besonders preiswert ist. Es gibt auch jede Menge neue Stühle dazu. Schauen Sie rein in die Ausstellung. Wir tun uns mit der ganzen Planung einfach etwas leichter, wenn wir einschätzen können, wie viele Leute kommen. Denn unsere Mitarbeiter machen auch was Feines zu essen. Also bitte anmelden, telefonisch, per Mail, per Webformular, ganz wie Sie möchten. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen vom 14. bis zum 16. Juni nächstes Wochenende.